Ich brauche eine Rocket Launcher. Lupus, bist du da? Ich habe eine Rocket Launcher mit 7 Schuss. Ich habe eine Fabricated Sniper. Ich bin glücklich. Ja, dann passt. Lupus, fertig. Ich brauche auch noch ein Flammenwerfer. Komm nicht mit. Ich brauche einen Raketenwerfer. Ich dachte, du wolltest einen... Nein, ich. Gabax ist das meine Güte. Verwechsel mich nicht zum 10. Mal. Nicht Lupux. Jetzt lass mich durch. Ich bin der Gast. Ich bin einer von eurer Sorte. Gabax ist Arzt. Was soll das denn? Wir sind für alle ganz schön fertig heute. Ich bin vom anderen Ufer. Naja, wenn man dreimal geradet wird, ist das schon nicht schön. Gabax, du läufst aber... Vor allem die ganze Zeit. Ich crafte gerade. Folge mir. Jetzt kommen wir wieder mit keinem Kano zurück. Alter. Der hält jetzt schon so lang durch. Das könnt ihr nicht machen. Jetzt fällt mein Herz heute nicht aus. Dann ist der Saber. Der Saber hat nur 2000 Leben. Das ist extrem. Aber wo schwimmst du denn jetzt hin, ey? Gut. Komm mit da lang. Aber langsam. Weißt du, da haben wir immer so zwei Tiere auf der Insel. Und die sind dämlich und schwimmen ins Wasser. War da jemand oder ein Spiel? Ja. Auch ein Tier, oder? Nein. Dann lass den doch lieber heimlich snipern. Ich hab keine, musstest du da machen. Ich schon. Deswegen sag ich's ja. Und ich werd den mal kurz auf... Ich schau mal, ich schau mal nach nochmal. Ich werd den erstmal kurz... Ach, den hast du schon auf passiv gehört. Okay. Das schwimmt ja da draußen, ist das ein Scheißvieh. Also... Ich fand hier siehst du's... Siehst du Stargate? Links? Äh... Seht von uns irgendwer in den Barasauro? Ja, ich. Bei uns da. Nee, das seh ich noch nicht. Für was? Na, Gewicht! Jedes Mal hier hin und her rennen. Und das sind die alte Spieler, die... Oh ja, da sind zwei Spieler. Die durchs Dings kommen. Durch die Püller. Die farmen gerade. Ach, da oben. Okay, warte mal. Das hab ich gerade gesehen. Ich werd mal oben auf den Berg gehen. Mal von runter snipern. Oder versuchen. Wolltet ihr nicht ein Anki? Ja, bis jetzt haben wir noch keinen gefunden. Wenn wir jemanden erschießen können, dann nutzen wir das doch. Ja, und dann kommt der Bullert euch und ihr seid wieder weg. Der Bullert uns nicht. Mhm. Der sieht uns ja gar nicht. Das ist die neue Base von Scavenger. Die, die... Waren die komplett weg, oder was? Ja. Äh, die, die schmelzen halt hier direkt Metall. Ja, ich seh einen. Und alles durch. Äh, lass sie lieber. Das sind vier Stück hier. Okay. Den legen wir uns nicht ein. Okay. Wenn's jetzt nur ein oder zwei gewesen wären, wäre okay gewesen, aber... Ich seh hier drei, drei Stück gerade rumlaufen, oder? Zwei. Äh. Mein linker, linker Platz ist leer. Ja, ich wünsche mir einen Anki her. Ja, wir müssen aber drauf warten müssen. Den Anki leihen. Ja, ist der jetzt echt fertig noch geworden? Da steht ein Raptor halt rum von denen. Jawoll. Zwei Stück sind. Ja, pass auf. Ich verzieh mich wieder. Guck mal, wie der, wie der Vault heißt. Das sollte eigentlich alles erklären. Wie, was kostet der eigentlich? Haben wir das bald? Ja. Ja. Hier ist ein Ankylo. Echt? Oh, ja. Ja. Level zwei, oder? Level 48. Ja, nehmt. Egal, Hauptsache. Es läuft. Welches Level? 48. Besser als nix. Ja. Besser als nix, ja. Wenn's denn nicht jetzt gerade anfängt zu lecken. Wenn du kriegst 4.000 Metall raus. Und Insekten kommen. Oh, ey. Wenn ich dich mal finden würde. Ich bin einfach, äh, wenn du aus dem Gate rauskommst, nach rechts. Der hängt jetzt noch nicht hier fest, oder? Achso, ich kann rückwärts, okay. Wir haben eine Parasite. Kanu Level 108. Da ist noch einer. Kanu Level 108. Ach, hier ist die Wochen. Aber nur Level 28 der Zweite. Hier ist ein Sechzehner. Hier ist ein Sechzehner. Hatten wir jetzt noch ne verbesserte Spitzhacke eigentlich? Vengaboyz ist komplett weg. Was, Vengaboyz ist weg? Ja. Steht im Chat. Okay. Ey, was, wenn ich aus dem Stargate rausgehe? Ich schätz, ja, von Crusader. Wenn ich, ey, wenn ich aus dem Stargate rausgehe, wohin Galbugs? Rechts. Wir sind von nichts. Rechts am Berg lang. Hier sind nämlich auch zwei jetzt nochmal. Ja, wir ändern uns ja dem Finale. Ich weiß, jetzt schon das Finale. Ich kann hell sehen, aber ich werd's jetzt noch nicht verraten. Ey, ey, ey. Da bist du wohl nicht alleine. So, er liegt. Ey. Ey, auf einmal find ich drei Ankylos. Und ich erinnere mich, wochen, als ich das andere Stargate gesetzt hab, hab ich auch Oh, jetzt hab ich keine Mature Berries. Oh, ich... Im Finale ist dann Crusader 9, äh, Artefakte, wir noch eins. Artefak... Neun von sieben verteilt. Genau. Ich hab's nicht gesehen. Aber ist ja egal, dann haben die halt sechs und wieder noch der letzte Einzeste, der was immer ist. Wahrscheinlich, ja. Ne, Galbugs, ich find dich so... Aber das kann man nicht bringen eigentlich. Egal, ich schaff das schon alleine hier. Heißt du, da zusammengearbeitet, blablabla. Ja. Bist du oben am Berg noch, oder? Ja, aber das werden Crusader so machen. Geh ich fest von aus. Was? Auf der höheren Ebene vom Berg. Muss ich aber sagen, find ich auch nicht schlimm. Dafür, dass wir nicht wirklich viel erreicht haben hier. Ah. Doch mega viel. Ich weiß gar nicht, was du willst. Wir haben uns heute schon wieder verteidigt. Weiß ich gar nicht. Einmal? Wir haben verteidigen jetzt immer geübt, auf jeden Fall. Außer Gabax. Und sterben auch. Was soll ich denn machen, wenn ich gegen zwei Rexes kämpfen muss? Mit einem Spino. Das muss halt das nächste Mal definitiv schneller gehen, dass ne Base steht. Und nicht die erste Session, da haben wir gar nichts gehabt. Naja. Ja, das war aber nicht. Lagen ja daran, dass wir unbedingt diese Insel haben wollten. Na, der erste Hauptfehler war, dass Hayro gestorben ist. Ja. Die ganzen Foundations, das hat alles übelst aufgehalten. Hier ist ein Anki-Level. Ja, den zähme ich doch gerade, Mann. Geh weg. Du stehst mir im Weg. Töte lieber den Ankylo. Äh, Quatsch. Sorry. Den Vogel. Ja, liegt schon. Gleich kommt das Geräusch. User was kicked von den Channel. Töte den Anki. Ey, ich will den zähmen. Ja, die müssen noch ein Level kriegen. Ja, der Dings hat noch Platz. Der An. Stego. Ach so, Ankylo. Wolltest du auch schon wieder sagen. Der Ankylo, den ich schon geholt hab. In der Zeit, wo die... Der Kano-Ankylo. Der Kano. Hallo. Hallo. Och, ist der Fabrikator auf einmal leer? So. Kano. Level 12. Ja, Bugs. Hier kommt Kano. Das ist schlecht, hab ich dir schon mal gesagt. Oh, wehe der Ankylo. Oh, wehe der Ankylo. Der greift den Trike an. Warum greift der einen Trike an? Wo ist der Saber-Dose? Der greift gleich den Ankylo an, wenn du so weiter machst. Ja. Das ist viel schlimmer. Wie hab ich das Gefühl, dass da zwei Profis am 10 sind? Ja, ey, der Goku, der... Ich weiß nicht, was der hier macht. Der lockt einen wilden Kano hier zu meinen Beinen Ankylos. Was soll das? Was soll das? Ich will ihn vor deinen Augen killen, ja? Also langsam muss es an Gabax liegen. Also als du mit Lupus unterwegs war, da haben wir auch gedacht, da sind ja wie die beiden Richtchen am Zähmen. Jetzt ist Lupus nicht dabei, sondern nur Gabax. Weil ich immer irgendwelche Verrückten dabei habe, da liegt's. Ist Casey eigentlich nochmal gekommen heute? Jetzt nicht, dass Lupus verrückt ist. Ja, ja, ist ja klar. Danke. Ey, kommen die Viecher jetzt hier nicht rein? Tötest du den oder zähmst du den? Oh, der Ankylos ist fertig. Ne, was ist das? Ah doch, ist fertig, okay. Der läuft weg, aber der läuft zu dir, okay. Gut, dann kannst du den kleinen mitnehmen und ich nehme den größeren. Häng dir den fest. So. Alter 20, Parasaurier. Den nenne ich jetzt Tanki, Tanki. Drei. Ja, die kriegst du ja nicht rein, oder? Ich dachte, die passen nicht durch. Ein Kano passt auch durch. Zumindest die Parasaurus. Da reizt er doch durch. Ja, es gibt, es gibt, es gibt ein paar Wege. Das ist Parasaurus, hä? Ja. So, ab nach Hause wieder. Parasauren, oder? Nee, Parasaurus mit Essen. Oh, ich weiß, ich probier jetzt mal mit Rutenachs gegen den Redwoodbaum hier zu schlagen. Ach, geht gar nicht. Kann man die gar nicht fällen? Ich dachte, die kann man fällen. Doch, die kleineren. Ach, die kleineren. Die ganzen großen gehen nicht. Okay. Gabax, lass mal zusammen laufen hier. Hand in Hand. Ja. Da haben wir keinen Teleporter mehr größt. Weiß ich nicht, hab der gesagt, der ist kaputt. Der Ankylo muss erstmal hinterher kommen hier. Der ist so arschlangsam. Hast du eigentlich den Trike vorhin betäubt? Wo ist denn der kleine Ankylo? Kommt der immer hinter dir her? Ein Karno passt hier durch, aber ein Parasaurus nicht, oder was? Äh, dein Anky hängt an dem Stein, oder? Ja, ja, der kommt schon. Ich schiff den Stein einfach hoch. Wochen lag dann betäubt, äh, Trike. Ach. Chi-Ti. Vielleicht von nem Skorpion? Aber der lag... Habt ihr was Skorpione bei euch für Chi-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti? Äh. Aber wir haben grad gar keinen Dino, außer den Spino, mit dem möchte ich nicht unbedingt umbringen. Doch, selber. Ich kann gleich, äh, ich steck die Ankis durch und geh dann zum Vulkan und fahr'n da. Ja. Wo ist hier? Ah, Schnee ist glaub' ich jetzt wieder, äh, äh, Vulkan. Packen wir jetzt irgendwo Obsidian? Na, 500 Chitin haben wir noch. Ja, 12.000 Chitin mal eben weg. Vulkan sind beide Gates weg. Echt, oder was? Unser Kristall-Gate, ach, da stehen wir dran, stimmt, aber... Das Berg-Gate ist weg. Das, was du gesetzt hast. Habt ihr jetzt irgendwo Obsidian reingepackt? Ja. Obsidian haben wir in der ganz linken Forge, äh, in der ganz linken, äh... Na, ist er durch? Ja, das Vulkan-Gate ist weg. Das haben wir schon wieder zerstört. Na, super. Ja, das ist, die Gates sind halt... Ja, das ist ja normal, dass die die ganze Zeit weg sind. Echt, du bist mit den Parasaurus hier nicht durchgekommen? Die sind ja alle überladen, ey... Äh, was? Äh, äh, äh... Äh, äh... Äh, 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 äh... Er, Chris, deine ganzen Ankylos haben noch Eisen drin. Ja. Alter, Gabax. Äh, deine Parasauren, Mann. Kick dich wirklich gleich, wenn noch mal so eine Bemerkung war. Alter, heute, heute haben wir's mit den Ankys. Ja, steht. Heute haben wir's. Steht. Lob. Erzähl seit einer halben Stunde, dass die da nicht durch die Pillar kommen und ich deswegen jetzt Teleportringe mache. Da kommt der Gabax und der kümmert, ey, deine Dinger stehen hier noch überladen, da ist voll Metall drin. Deine Ankys. Deine Ankys, ja, das ist auch noch besser. So, ich lauf jetzt, äh, Kano Island, hoffentlich schaff ich's noch. Aber ich bin doch gerade mit einem Kilo da irgendwie durchgekommen. Wie hab ich denn das gerade geschafft? Ich weiß nicht mehr. Ja, ein Kilo hat vielleicht wieder andere Körpermaße. Ich hab keine Ahnung. Der ist deutlich dicker. Ja. Ich weiß auch nicht, wie der durchgekommen wird. Logisch darf man hier nicht denken. Nee. Wie hast du den, wie hast du den genannt, äh, in der Base? Nenn dir mal bitte eins. Nenn dir mal bitte eins. Nenn dir mal eins. Nenn dir mal von. Anki Tanki, kommst du hier hoch? Anki Tanki. Komm her. Soll ich dir ne Seilwinde geben? Komm her. Ach so, hast du den direkt da draußen hingesetzt, oder was? Ja, das ist jetzt nur fürs, 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 fürs Farmen. Ja. Schieß ihn mit ner Grappling-Hook ab und den Rand zieh hoch. Angeln. Angeln. Alter, wo rennt der denn hin? Gleich, ja. Der ist, glaub ich, zu dumm. Der ist genauso dumm wie der Angelo. Äh, wieder. Dödi. Dödi. Ach mann. Wenn ich jetzt wieder rauskomme. Ich häng dir im Scheiß. Ja, wer stellt den Ort dahin? Lupus! Was denn? Sag mal ab bitte. Lupus, unser Speedo steht im Weg. Der Schwanz ragt da rein. Geh weg! Du Parasau! Sag doch was! Jetzt steck ich in der Parasau! Ich dachte, du bist weg, AFK. Ja, dann muss irgendwer von euch in den Bielerweg weißen. Das hätt ich ja nicht runtergehen können. Ja, das mei... Ich wusste ja nicht. Kannst du da irgendwo in den Bielerweg abreißen, da voran, bitte? Cool, jetzt steht das nächste im Weg. Gabax rückwärts! Wieep! 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 Das ist jetzt nicht dein Ernst, Tyro, oder? So! Das Drecksdingo, verpiss dich! Christus! Jetzt kriegst du da rum! Da kriegst du da rum! Gabax, was machst du jetzt mit dem Ankylo? Ja, da ist Eisen drin, ganz viel! Ja, und ich hab doch grad zu dir gesagt, rückwärts gegangen! Hab ich doch! Und du sagst noch, ja! Ja, ich war auch! Aber du bist nicht zurückgegangen! Aber du bist nicht zurückgegangen! Die hab ich nicht gefunden, genau! Ey, jetzt hab ich extra für diesen Dings abgerissen! Kupplung und Bremse verwechselt! Ich hab den Schleifpunkt nicht gefunden! Bei mir ist der Eingang nicht groß genug, ey! Wir müssen das nächste Mal nochmal ein Papier ersetzen! Hast du das Pille abgerissen? Ja, einen hab ich abgerissen müssen, sonst wär das Dego nicht reingekommen! Ja, ey, na, ist okay! Ja, Bax hat Bremse und Gas gleichzeitig gedrückt! Ja! Boah, die haben schon echt weit! Der Düdi mit seinem Scheißschwanz im Weg! Ja, aber es geht nicht jetzt, wenn ich drüben im Vulkan entsetze! Das geht nicht, oder? Nee! Da braucht man ja gar keine Star jetzt mehr! Ja, das wär besser, weil es schneller geht! Ist noch was drin hier, der Düdi? Nee, gut! So! Der Stego hat noch Metall, alles! 2000 Metall drin! Ich kann mal eben im Mod nachgucken, ob da eine Reichweite dabei steht! Glaub nicht! Wenn die Viecher Updates haben, mal auf Gewicht machen, bitte! Danke! Also die sowieso alle auf Gewicht, ne? Was war das? Movement-Suite-Skill? Okay! Ja! Alter, die lachen uns das nächste Mal wahrscheinlich aus, wenn die in unseren Raiden kommen! Da stehen drei Parasaurier in Südgewichts! Äh, ihr müsst sie Tanks nennen! Einfach Tanks! Mauer! Wir nennen die einfach da! Einfach nennen! Nee! You shall not pass! Nennen sie einfach You shall not pass! Holz auch mal wegpacken! Warum hängen? Wie schwer bin ich denn? Übergemächtig! Muss ich mal wiegen gehen! Ah! Na fuck! Hast du jetzt alles auf einmal genommen? Naja! Ich bin dreimal gerannt wegen 900 Eisen! Er rennt einmal! Er rennt einmal! Alles mit einem! Er rennt einmal mit dumm, ey! Ich hab deine Steine auch noch alle mitgenommen, um zu Informationen, ja! Reingeräumt hast in den Dings in den Stego! Boah, Kano Island ist a party! So viele Monster hier! Party hard! Party! So sind die ganzen Küsse! Ihr habt überall 100 Holz reingepackt, weil Lupus du warst das, oder? Machst du heute Party, ja! Ich hab über 1000 reingepackt! Mein ich ja! Kommen wir jetzt eigentlich über den Ring zu uns rein? Nein! Und er lockt ist nicht, oder? Na eigentlich nicht! Ja! Dann stehen die wieder drin, ey! Aber ich glaub, die sind vorhin auch einfach drüber gelaufen! Ja, aber die kennen nicht das Tor! Der T-Rex ist direkt vor der Base aufgetauft! Ja! Ich wollte nämlich gerade heute zurückgehen! Der ist 100%ig da durch den Scheißring gekommen! Aber jetzt geht's ja wenigstens wenn er in den Lock steht! Vorhin ging das ja nicht! Aber vorhin stand auch ein Lock! Ja! Das ist ja das! Äh! Das Metall-Update ist aber nicht nur aus den Viechern, nicht nur in die Forges gepackt, oder? Doch! Wo denn sonst? Links und rechts! Kanu Island steht! Was da geht! Na halt! Ja, das sieht alles so wenig aus, aber das deckt ja bis auf 1000, ne? Ne, halt auch in die Forges ringsherum! Warum nimmst du nicht den Teleporter? Na! Die Super Forge, die haut da immer eins nach dem anderen durch, wenn du aber hier 10 von den Forges füllst, hast du auch immer pro Minute 10 Metall! Naja! Die macht aber 20, die Super Forge! Ja, aber die Forge macht 440! Ja, aber man kann's ja gleichzeitig laufen lassen! Die ist in 2 Minus! Ja, nebenher! Das ist ja volle Fälle! Turret Mooney, haben wir wieder... Was fehlt denn für das? Alka! Gunpowder... Der T-Rex ist durch die... Der T-Rex ist durchs Tor gekommen! Vorher willst du das wissen? Weil ich es mir gerade angekommen hab! Weil ich es mir gerade angekommen hab! Der ist durchs Tor und das... Der... Das Gate hat reagiert, weil irgendein anderer Dino draufgetreten ist! Mhm! Deswegen sah das aus, als wäre der da durchgekommen! Aber erst war das Tor weg! Und dann kam der T-Rex da durch! Naja, weil die da einfach drüber rennen können! Ich hab's ja auch probiert mit dem Spino, der konnte aber einfach drüber rennen! Die haben dann einfach mit Attack My Target den einfach reingejagt! So, jetzt haben wir erstmal Metall wieder ein bisschen! Was brauchen wir jetzt noch? Was ist denn jetzt der Anki hin? Steht doch hier! Nein, der zweite! Sollten wir auch mal... Eigentlich haben wir wieder ein paar Schüsse für den Rocket Launcher! Ja, das ist das Wichtigste! Wie viele haben wir denn? Kriege ich auch mal einen Raketenwerfer? Ja, dann nimm raus vom Safe! Wir trauen dies nicht zu! Passagiere, Raketenwerfer, Licht! Ja, wobei, das kann man sich auch dann nehmen, wenn sie dann angreifen! Oh shit, jetzt fällt sie im Ending-Paste und sie haben wir nix mehr, aber... Nup! Ja! Ich bring ein bisschen was mit, weil ich noch auf Kanu Island... Uh! Blueprint für ne rote Axt! Äh! Spitzhacke! 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 Juhu! Ja! Lager schnell ein! Ich komm nach Hause! Aber sowas von! Und eine selbst noch! Die war noch drin! Es waren beide drin! Eine fertige! Ja! So, wir haben 36 Schuss für den Rocket Launcher! Ah, die hatten nur 260 und 180 Rebellion! 36 Schuss und zwei Raketenwerfer selber? Ja! Ja, Raketenwerfer können wir aber herstellen! Er braucht... Ja, aber es fehlt ein... Er braucht mehrere, weil du kannst ja irgendwie nur 10 Schuss, glaube ich, verteilen! War daheim grad ange... Ja, klar, aber Zementing-Paste fehlt grad! Jungs, war daheim grad angewählt, Stargate, weil bei mir jetzt schon wieder gebackt beim Ausfehlen! Nee! Ist nicht angewählt! Ah, klasse! Schon wieder gebackt! So! Dann mach ich an der Stelle erstmal einen Cut und wir sehen uns zur nächsten Folge! Bis dahin, macht's gut! Tschüss! Tschüss! Tschau! Tschau!